Was ich Ihnen jetzt erzähle, klingt verrückt. Aber Sie müssen mir zuhören. Ihr aller Leben hängt davon ab. This is not the end. Das hier ist nicht das erste Mal. Dass wir dieses Gespräch führen. Welcher Tag ist heute? Der Tag der Abrechnung. Sie sind gerade mit den neuen Rekruten angekommen. This is not the end. Die Invasion wird fehlschlagen. Alle Ihre Soldaten werden versagen. Wir verlieren alles. Kommen Sie zu mir, wenn Sie aufwachen! Sie wissen, was gerade mit mir passiert. Was mit Ihnen passiert, das habe ich auch durchgemacht. Sie haben deren Kräfte gestohlen. Ich brauche Ihre Hilfe. Und wobei genau? Den Krieg zu gewinnen. Wir können es schaffen. Kommen Sie jeden Tag her und ich trainiere Sie. Egal, was ich tue, hier ist die Grenze. Was für eine Rolle spielt es, was mit mir geschieht? Ich bin kein Soldat. Natürlich nicht. Sie sind eine Waffe. Ich bin ein Mensch. . Untertitelung des ZDF, 2020